Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Nico. Heute mit einer brandneuen Spiele-Reihe, die ich anfangen werde. Und zwar mit Wild Red. Ich habe alle Teile davon durchgespielt vorher, die Story relevant sind. Also ja, Story relevant. Oh ja, ich will auch gar nicht lange labern. Wir starten einfach mal. Metroids, eine hoch ansteckende Spezies schwebender Organismen, die ihre Beute durch physischen Kontaktenergie entzog. Ursprünglich wurde sie von den Chose entwickelt. Das Wort Metroid bedeutete in der Sprache der Chose ultimativer Kämpfer. Ihre Nutzung war Anlass für diverse Krisen. Deshalb wurde selbst das allerletzte Überbleibsel von ihnen beseitigt, sodass sie nun ausgestorben sind. Wer glaubt? Ex-Parasiten. Galat-artige parasitäre Organismen vom Planeten SR388. Sie konnten die DNS ihrer Lebenden als auch Totenwirte absorbieren und deren Formen annehmen. Wenn sie einen lebenden Wirt infizierten, konnten sie sogar auf dessen Erinnerung zurückgreifen. Sie wurden nicht von Emotionen geleitet, sondern von einem instinktiven Bedürfnis, sich zu vermehren und besonders starke Wirt zu überfallen. Ihre unkontrollierbare Art machte sie noch gefährlicher als ihre einzigen Feinde, die Metroids. Wie die Metroids sollen auch sie ausgestorben sein. Ja, da haben wir sie bekämpft. Metroids 2. Ein bisschen was davon getrunken. Abgekriegt, eher gesagt. Und dann kam Metroid Fusion. Aber schon so ein bisschen am Arsch. Da gab es dann jetzt mal einen neuen Anzug. Mein persönlicher Favorit. Nachdem keine Metroids auf SR388 überlebt hatten, wurde er von den X befallen. Schreckliche Parasiten, die als Kopie eines beliebigen Lebewesen auftreten können. Nichts davon ahnt, betrat ich den Planeten, infizierte mich und wäre beinahe gestorben. Das war ziemlich geil. Geiles Teil, oder? Ein bisschen creepy und ein bisschen organisch. Aber schon ein ziemlich geiler Anzug. Letztendlich konnte ich nur eine Impfung mit Metroids, äh, DNS mich retten. Dank dieser bin ich auch als einziger in der Lage, die X zu bekämpfen. Diese Fähigkeit wurde prompt auf die Probe gestellt, als ich eine Forschungsstation des Biologic Space Labs, BSL, aufsuchte, um einem Hilferruf nachzugehen. Ja, man konnte dann die X einfach berühren und sie absorbieren, quasi Leben und Emotionen auffrischen. Ja, genau. Die war gruselig. Die Sachs. Die Kopie von uns quasi. Dort kämpfte ich gegen zahlreiche starke X-Formen, unter anderem auch gegen das Sachs. Dieses X hatte die Form von mir selbst in meinen Powersuit angenommen und verfügte über entsprechend viel Kraft. Ich konnte die Bedrohung durch die X auf SR388 abwenden, indem ich die Forschungsstation des BSL mit dem Planeten zusammenstoßen ließ. Und alles natürlich in die Luft flog. Danach waren die X und die Metropolis nur mehr Erinnerung. Jedenfalls dachten wir das. Doch gerade als alles vorbei zu sein schien, erhielt die Galaktische Föderation eine mysteriöse Videobotschaft. Wie im Wunders. Jetzt ringe ich jetzt nicht vorbei. Oh, ein X-Parasit. Den ballern wir weg. Wird aufgegessen. Darin war ein X zu sehen, in natürlicher Umgebung, frei lebend. Eine gründliche Analyse ergab, dass das Video echt war, auch wenn der Absender unbekannt war. Konnte die Herkunft der Botschaft einem bestimmten Planeten zugeben. Ja, ihr wisst ja, ich habe mich vertüdelt. Könnt ihr auch lieben. Dann düsen wir da mal hin, wa? Dieser Planet hieß ZDR. Sollten die X dort tatsächlich überlebt haben, würde das eine Bedrohung für die gesamte Galaxie darstellen. So wie jeden Teil auch. Die Galaktische Föderation entsandt sofort ein Forschungsteam, das aus seinem EMMI bestand. EMMI. Roboter, wie man einen Trailer gesehen hat. Die Army sind große Forschungsroboter, die kreiert wurden, um Feldproben zu sammeln und deren DMS zu extrahieren. Die unglaubliche Beweglichkeit und ihre Schutzpanzerung aus dem stärksten Material des Universums galten als Erfolgsgarantie für die Mission. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Doch nicht lange nach ihrer Ankunft auf ZDR brach sämtliche Kommunikation ab. Das wundert mich auch nicht. Deswegen müssen wir krasse Checkerinnen oder Checker da jetzt mal hin und ein bisschen aufräumen, ne? Geiler Anzug. Was geht auf ZDR vor? Ist der Planet wirklich von X befallen? Da ich als Einzige gegen dieses Parasiten immun bin, liegt es nur an mir, das herauszufinden. Das werden wir gemeinsam auch tun. Mal gucken, was so passiert. Schon mal lange Ladezeit. Ich werde nicht meckern, aber es ist aufgefallen. Der Eintritt in die Atmosphäre von ZDR steht kurz bevor. Keine Kaffee. Wunderschön. Und das Ship Fusion. Wir kriegen Belohnung. Seid mal das denn. Sonst gab es immer ein klebriges Dankeschön. Für diese Belohnung ist das Risiko viel zu hoch. Kümmer dich gut um unsere verlorenen Roboter, Elie. Eintritt in die Atmosphäre. Drei, sieben, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh, sind wir abgestürzt? Unsere Rüstung scheint auch weg. Wie in jedem Metro-Teil am Anfang. Toll ist die gesamte Ausrüstung. Du musst sie leider zurücksammeln. Ja, das ist ein Klassiker. Kennen wir nicht anders. Halt schon echt schick aus, ne? Die gesamte Ausrüstung. Die Amor. Shosu. Dieser Aufzug führt in die Tiefen einer unterbrotischen Anlage. Wahrscheinlich ist die signalen Qualität niedrig. Die Kommunikation kann schwierig werden. Stell über das Netzwerk eine Verbindung her. Sobald du unten bist, damit du nicht leiden kannst. Irgendwelche Beinwände, Lady. Lady, wie Adam, ihr Vorgesetzter damals. Nee, das war der Schwarze. Der Kollege hat sie immer Lady genannt. Adam war immer nur der Vorgesetzte, den der... Nee, doch, dessen Persönlichkeit der Roboter quasi hat, mit der mit uns spricht. Das wurde so in den Jusen so ein bisschen erklärt. Ist das ein Shosu? Ein richtiger Shosu? Äh, Schnabel. Er wird auch zu uns. Der hat die Shosu am Samus damals großgezogen, als er doch ein Kind war. Er hat ja auch einen Anzug her. Ja. Okay, der ist nicht so friendly. Mhm. Ja, komm, lass mich gegen ihn kämpfen. Ich mach ihn nass wie ein Waschwecken. Okay, das tun wir hier alles nicht. Ach, da hat sie noch den Orangenanzug. Das war also die Vorgeschichte. Boah, ich darf gestürzt werden. Na gut, wenn er mich so backblastet, dann ist es klar, dass sie da unten irgendwo rumkrebs und nichts mehr hat, außer das... Mindeste der Rüstung. Weil das ziemlich geil aussieht, muss ich leider auch mal sagen, ne? Mich biologisch immer in den ganzen, ähm, Muskeln und was da nicht alles ist, im Gewebe. So wie geil aussieht. Tempel schon? Äh, Umschauen geht nicht. Ja, Shosu-Tempel. Da kommen wir erstmal so nicht rüber. Okay. Steuerung ist wie auf dem 3DS ziemlich flüssig und gefällt mir. Aufladen geht nicht. Paketen haben wir schon. Paketen haben wir. Keinen Mordball natürlich. Okay, dann wollen wir mal. Ja, hier. Er schützt ein Euter noch auf dem Rücken. Ups, keine Ahnung. Uh, Tiere mit der Grund. Und das ist ja richtig schön gemacht. Oh. Gleich ein Geimgang. Räumels. Was ist das? Ja, vielen Dank. Hat's nochmal. Achso, Munition. Ha, schön, dass sich die Hand da oben festhält. Schönes kleines Detail. Sehr gut. Ja. Ja. Kann ich durchrollen. Und ich versuch's auch noch 80 Mal. Hör mal. Kann aber noch rutschen hier. Ja. Warte, ist das der richtige Weg oder der andere Weg? Filmsequenzern, ist das der richtige Weg? Dann geh ich gleich mal zurück. Und schauen wir das mal an, wa? Oh, wir müssen Waffen holen hier, aber was aufladen. Oder uns vollladen lassen. Die Stimme ist irgendwie nicht so angenehm. Und dieses Brummige im Unterton, das ist für mich auf Dauer, glaube ich, wäre das anstrengend. Trotz einer vollständigen Analyse kann ich nicht erklären, warum du das Bewusstsein verloren hast. Meine Untersuchungen bauten auf tiefgreifende körperliche Veränderungen in dir hin. Ja, wahrscheinlich die Methode, die man noch aus Fusion in sich hat. Was auch immer die Urlache für diese Veränderungen sein mag, scheinen sie dir die meisten deiner Fähigkeiten geraubt zu haben. Du kannst es auch als körperliche Amnesie bezeichnen. Okay, dann war's wohl nur der Blaster Schuss in die Fresse. Was deinen Angreifer angeht, so vergleiche ich gerade die Datenbank der Föderation mit deinem Video-Lockbuch. Allem Anschein nach handelte es sich um einen Choso. Seine Identität ist mir noch nicht klar. Ich konnte herausfinden, dass du dich irgendwo in den Tiefen von ZDR befindest. Deine oberste Priorität sollte jetzt sein, zu deinem Schiff an der Oberfläche zurückzukehren. Die Situation ist gefährlich. Vertrau auf deine Instinkte, während du dich nach oben begibst. Dieser Planet scheint aus mehreren Zonen zu bestehen. Sie sind durch Shuttles, Aufzüge und andere Transportvorrichtungen verbunden. Suche nach möglichen Wegen, um an die Oberfläche zu gelangen. Der Standort des Schiffs ist auf der ZDR-Übersicht markiert. Sieh einmal nach. Eventuell triffst du auf Areale mit niedriger Temperatur. Eine Metroid-NS macht dich ihnen gegenüber verundbar. Verbringst du Zeit in kalten Gebieten, fügt dir das Schaden zu. Im Untergrund befinden sich viele kalte Gebiete. Geht sie nicht mit einem normalen Power-Suit. Eine Sache noch. Unterirdische Interferenzen verhindern die Funkübertragung. Melde ich bei mir, wann immer du eine Netzwerkstation findest. Das ist schon mal sehr stark angelehnt an Fusion. Gefällt mir sehr gut. Das wird dann mal direkt geschweigert. Oh ja, und da vertraue ich mich mal auf mein Instinkt und dann aber zurück. Hehe. Okay. Und wenn sie hier unten ist, dann damit er mal runter. Okay. Das hätte ich mir sparen können. Und wenn ich das noch mal gemacht habe, weiß ich nicht. So, gehen wir ein Stückchen weiter. Und hier ein Gegner-Eumel. Ich möchte jetzt gegen den Weg gehen. Verdammt. Für im richtigen Moment einen Melikonter aus, um gewisse Angreife zu parieren. Ah, wie im 3DS-Teil. Und automatisch auf den Angreifer zu zielen. Drücke für einen Melikonter jetzt. Habt ihr gemacht, ne? Nice. Okay, sparen wir uns das. Sollte ich mir angemeldet, vielleicht am Anfang direkt einmal drauf beschieben. Und gucken, was da so geht. Ey. Bleib mal geschmeidig. Echere. Echere. Na, sieht schon ein bisschen flechig aus. Hier bei Madpoint immer viele geheimne, versteckte Wände und... Hab ich's gemacht? Achso. Ein Leuchten auf der Karte zeigt an, dass sich an dieser Stelle ein Geheimnis, also ein verborgenes Item befindet. Okay. Da war wahrscheinlich so auffällig aussehende hier oben. Oh nein, Nico, wir müssen das überhaupt bekommen. Uh, mehr Missiles. Raketen. Nein, 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 nein. Gib mal Items. Okay. Keine Items. Items. Sie sucht auch nach Items. Ah, einer dieser E-M-M-I-Roboter. Warum müssen wir schumpen sie da aus, ne? Was ist denn Creed Racer? Die Terminator-Feeling kommt auf. Sind wir noch Bros, oder was? Keine Bros! Keine Bros! Um einen Emmy-Eingriff zu kontern, würde ich ex-sovereinst Blitzes, da er richtig gesagt hat, um Schwerfisch. Oh, okay. Blitzes. Ja, easy. Hey, das geht sogar. Ja, ich verstehe. Ich weiß genau, was die meinen. Das war schon mal der erste E-M-M-I-Angriff. Und direkt durchgenudelt worden. Wollte ich hier lang? Hier wollte ich lang. Ja. Gut, das kann man... Ach, ich kann mal jetzt überspringen. Damit durch. Nee. Oh, sieht das geil aus, der Grafik. Das macht mir jetzt schon viel Spaß. Hat Potenzial, das Bestmatchvoll zu werden von allen. Ich weiß, es gibt viele Frauen-Leute, die gerne in Ego-Perspektive spielen, aber das hat überhaupt nicht angepasst. Hat die 2D-Halle immer besser. Was ist das? Ein Gehirn? Ein elektronisches Mother Brain hier, oder was ist das? Oh, ja. Gib mir Saft. Oh, meine Waffe leuchtet. Oh, ein Blaster. Ein Power Blaster. Den nehme ich doch. Die Energie der Zertanen hat den Waffenarm in eine Omega-Knarre verwandelt. Omega Blaster aktiviert. Oh, nebenbei, ne? Oh, was ist mit L? Ich habe mich nicht gut gelesen. L? Achso, ja. Halte L. Er gedrückt. Oh, aufladen, ja. Und Y zum... Dämig. Oh. Verdammt. Hätte noch Geheimnis sein können. Mist. Rückrutschen. Oh. Bäh! Der hat ja vor der Tür gewartet. Wie hätte ich den denn noch... Okay. Keine Kommentare. Jetzt kann ich das hier nochmal durchsuchen. Das war also alles von mir geplant. Ist aber nichts. Achso. Sehr gut. Oh. Diesmal nicht. Oh Gott, brauch ich das Ding langsam aufladen. Was ist denn da los? Hehehe. Headshot. Boot kann schimmeln. Was kannst du? Tod rumwegen. Hehe. Nein! Hab ich sie verloren? Ach, ist das ein One-Shot-Ding oder was? Die Ohrenkanone hat keine Schusskraft mehr. Mist. Okay. Dann wollen wir nicht durchleben. Ja, das ist ja relevant. Okay. Okay. Das schafft man wohl nicht. Dann dann nochmal hier durch. Und ein Speicherpunkt. Ist das ein Speicherpunkt? Ja. Speicherpunkt. Ja, das war doch schon mal ein guter Start. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über ein Abo oder auch Kommentar zum Spiel freuen, wie ihr das aktuell so findet, so als ersten Eindruck. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. All das war doch. bulls sein. Ja, das war doch. Ich hoffe, mir war doch nicht識.